Musik Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen hier bei NHD. Wir spielen auf Hypixel, dabei ist er fertig und ich hab den Start verpasst. Und, ähm, wir spielen hier eine Art Mario Kart, wie ist es hier genannt? Ach ja, Hypixel GP. Mann, ich bin letzter, ich bin Banane gefahren. Ich bin sogar Dritter und ich hab die Start verpennt. Ach, okay. Und, ähm, ja klar doch, wie weit ich zurückgeschleudert wurde. Ja gut, ähm, wir haben hier mal, wir haben mal, weil ich war, ich bin gestern Abend ein bisschen Hypixel verfallen, weil mir langweilig geworden ist. Nein, da geht's noch. Da käte ich den ersten. Na ja, hau raus. Hab ich schon. Und, da hab ich mal so getestet, was es für geile Spielmodi gibt und oftmals haben die Spielmodis, ja, das war jetzt nicht so gut. Ähm, okay. Oftmals haben die Spielmodis auch noch eigene Resource Packs. Und, so, beziehungsweise Veränderungen, also nicht komplett eigene. Irgendwelche Edits. Ach, das ist ein eigenes, ne? Das ist halt nicht komplett ein eigenes, das ist ja... So, ich mein halt, ich halte sie vor, aber... Was bringt überhaupt die Schneebälle? Ich hab's nicht gekapiert. Ja, aber irgendwie hab ich's noch nicht gesehen, dass die irgendwie irgendeine Stärke haben. So, ich bin jetzt auf Platz 3 und vorne sind zwei Rangspieler. Leider ist einer aus dem Auto ausgestiegen? Ne, das ist ein paar. Ich mein nur, weil das Auto auf der Strecke steht. Ja, lol, ich bin ja irgendwie hinter dir. Ich hab das auch so gesehen. Ah, ich verklassen. Immer die Kurve da. Bitteschön, lol. Hello. Die Rakete fliegt einfach im Boden rein, obwohl ich nach oben geworfen hab. Das war ne rote Rakete. Ah, komm schon nicht. Das geht noch besser, das geht noch besser für mich. Ich hab's nicht geschafft. Ähm... Hey, wie gefällst du denn so? Mit dem ersten Eindruck? Ah, also ist... Ja, ganz geil. Fällig spielst du jetzt grad seine zweite Runde? Ich bin ganz solide neunter, also Respekt. Hm, ich bin fünfter. Ja, ich sehe dich, nein. Ich hab' auch überlegt, ob's mehr Sinn macht, eventuell im F5-Modus zu spielen, aber... Da kann man, da kann man die Raketen nicht so gut werfen, also beziehungsweise die Items halt nicht so gut nutzen. Weil man die dann zum größten Teil in den Boden werfen würde. Wenn das an der Decke ist, dann ist das schon ein bisschen cool. Als ob. Ah, heftig. Ja, ich bin siebter jetzt. Ich hab' einer... Ich hab' schon wieder mit Notched Sword, ähm, sonst wo hingeworfen. So, jetzt, bitteschön, deine Raketen für dich. Da ist er ja schon. Ne, da ist jetzt noch... Sicher hab' ich ja auch. Hä, wie schnell kannst du nach vorne gehen? Gibt's die Abkürzung oder so? Nö, ich hab' einen Pilz. Ich hab' zwei mal drei Pilze hinterher bekommen. Hex? Nein. Nein. Oh nein, ich war auf Platz 3 schon. Nein! Ich bin zweiter geworden. Ich bin zweiter geworden. Ich hab' kurz vorm Ziel gescheitert. Ohhhh, das war so dumm bei mir. Also, sag mal, ähm... Hast du's auch geschafft? Gleich. Beide. Wenn das Spiel endlich. Also, ich muss jetzt wirklich sagen, das ist die dritte Runde, die ich insgesamt gespielt habe in diesem Spielmodus. Und ich bin dreimal dritter geworden. Ne, hab' dir grad' gesehen und ich bin grad' vorbeigefangen. Yay! Yay! Easy! Nice. Also, die Wände nerven mich ein bisschen. Würde man gerade auswählen, das ist, glaube ich, ganz ein Ort. Ja. Warum ich da noch eine Runde ranhänge? Ja, geh auch noch. Wird's haben wir dieselbe Map, oder? Ich glaube schon, ja. Hm. Also. Es macht auf jeden Fall Spaß. Wir wollen auf jeden Fall auch noch, eigentlich so ich so, würde ich sogar ganz gerne, noch ein paar andere. Andere. Andere Spielmodus ist hier auf dem Server auf jeden Fall noch ein bisschen so, zumindest mal antesten, so zeigen. Weil er macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und. Hm. So wie Nathalie. Äh, was. Ja, das... Hier gibt's noch ganz schöne Spielmodus. Ich hab' noch gar nicht alle angetestet. Aber... Ich fahr'n alle in die falsche Richtung, das geht gar nicht. Nein. Ich fahr' nicht in die falsche Richtung, die anderen fahr'n alle falsch rum, oder? Ja. Ich verrichte euch. Es war so gegendlich. So meinten wir es vorher mit dem F5. Alter, wie Escape sich das schleudert. Hm, ist echt so, hm. Ja, man weiß, Escape passt zu meinem. Meine Fahrzeug. Und was steht hier? Achja. Faye, was ist dein Ziel jetzt für diese Runde? Also, meinen Rundenplatz, den möchte ich schon gerne verteidigen. So? Ja. Okay. Warten wir ja noch, bis die Runde voll ist. Auch wenn das... Ach gut. Also sag' mal so. Auf jeden Fall. Sobald die Runde voll ist. Ist, ähm, Quickstart. Problem, die anderen hatten gerade eine Runde voll gemacht. Das fand ich ja geil. So, ich spiel' jetzt mal mit F1 Modus. Das sieht glaub' ich episch aus. Okay. Du startest auf jeden Fall weiter vorne? Sicher halt nebeneinander. Ich booste dich. Kein Ding. If taken the lead. Ja klar. Screenshot! Red missile. Ähm, red missile. Alter, ja klar. Sorry, kacke. Ich bin erster Screenshot. Ja, Faye, bist nicht lange Erster. Das ist sogar ganz gut, wenn man, wenn man nur beim ersten die ganze Zeit so ist. Ey, ey. Ich nehme grad so alles mit, was möglich ist, oder? Bist du immer noch Erster? Ja. Nein, Wand. Ich glaub' der Typ baut jetzt Vorsprung aus der Ferdi. Nein. Oh Gott. Ich bin gegen die Wand gefahren. Ich booste den, den anderen Nervous-Typen. Geh' die Wand. Schneebälle. Schneebälle machen jemand langs. Ja. Mach' die Vier. So. Schau' die Umfeld. Ähm. Du bist vor mir. Ach, jetzt bin ich vor dir. Nein. Der hat mich ruhig. Dort ist er. Ah, lol. Ich bin erster jetzt. Bitte schön. lol hast du auf mich das ding ins bombe geworfen aber die hat mich nicht getroffen nein ich habe richtig ich habe richtig merkwürdigen back using gemacht irgendwie hier klar hat drei meine ich werde was soll die kann ja du schweig machen schmerzte zwei auf mich was soll die kacke werft darauf andere wir haben gerade drei items getroffen ich habe das gefühl dass diese schneebälle nur irgendwelche partikel ganz sind einfach nur so zum nerven ich glaube wir machen auch langsam ich weiß es nicht als kein wirklich erkennbarer effekt meine ich jetzt boah was denn ich werde wie schnell die hier waren ich werde hinterher mal ich würde es sagen wenn du etwas legst lol 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 ach ich bin doch nicht in dieser gefahren aber ich habe meine raketen verbrochen wie weit ist mir erste vorne ähm gleich heck ja und ich ich das war jetzt merkwürdig das war nicht clever gefahren aber gerade lagts bei mir etwas stark also so ja das ist das einzige problem weil wir hier in deutschland sind und das ist so weit ich weiß gar nicht wo der sitzt in england oder so auf jeden fall ist der ping dadurch nicht optimal das ist lag teilweise aber ich bin jetzt wieder mal auf rang 3 wie man es von mir so kennt schlagt damit am besten nach hinten das macht das wirft leute weg ja irgendwie schon rakete ah danke kein ding na der typ ist direkt wieder vor mir ja ich war kurzzeitig war kurzzeitig erster habe ich gerade getroffen ne genau hinter dir ich bin rechts neben dir warum ich jetzt hier lang gefahren bin ich bin jetzt nicht mal in abkürzung gefahren das hat mich gerade plätze gekostet ich wusste dich aus pelz mach mal es leckt kurz geleckt er leckt die ganze zeit kurz wieder kurz und jetzt gehts wieder leute leute du bist dritter und wir sind ineinander nice ja ich habe ein feuerball in meiner hand Achtung ich lege hier eine banane alle weg leute ich habe mich selbst in die luft gehackt ne eine schmerz du bist vierter geworden geil ich bin dritter geworden ich habe mich gerade weg gehauen ich bin schon wieder dritter geworden habe ich den curse of the third nice das ist das bock der extremen zu sagen also könnt ihr mal in die kommentare schreiben wie er dieses spielmusik findet es gibt zu die musik ist etwas penetrant ich drehe ich mal runter das fällt bestimmt so richtig schön leise gewesen sein aber wen juckt es genau also wenn es gefeiert hat dann lasst du positive bewertung da und ich glaube mal den server werde ich irgendwo mit hingeschrieben haben die server ip und dann nicht vergessen zu abonnieren und zu liken wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten mal wieder bis dahin tschüss b b b Bis zum nächsten Mal.